Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich wollte mit dem Handy eigentlich noch rechnen, alles klar. Ich bin ein Held. 4 mal 9 ist 36, also muss ich nur 18 mal 36 rechnen. Ich könnte es im Kopf rechnen, ich habe auch keine Bock. Das klang so, das klang gerade richtig angeberisch, lol. War nicht so gemeint. 6, 4, 8. Die 6 sieht aus wie eine 8. Nichts passiert. Ah, ne, oh, plus. Ah, 18 mal 9 plus 4. 18 mal 9. 166 dürfte das dann sein. Wenn ich die richtigen Zahlen noch im Kopf habe, so. Ja, okay, gut. Dann waren die Zahlen richtig. There was a sound. Da war ein Geräusch. Okay, Apfel werden auf einem Baum geboren, okay. Ein Apfel auf einem Baum Skulptur, okay. Er ist eine Wooden Apple. Ah, okay, und den Apfel können wir jetzt der Dings geben, den Lippen geben. Als ob da so ein Fisch war. What? Scheiße, ich muss alles nochmal machen jetzt, ne? Okay. Ja, nice. Ich bin... Uiuiui. Ähm... Okay. Ach, Mensch. Das war... Ich bin begeistert. Ich bin richtig, richtig begeistert. So, und jetzt fällt die Puppe gleich runter, ne? Wenn ich mit der rede, genau, die Puppe fällt runter. 18, alles klar. Äh, 1... 6... 6. So, Vorsicht, da haben wir nochmal mit dem Bild sprechen. Man weiß ja nie, ob das irgendwas verändert in der Geschichte. Apfel nehmen und gleich in der Mitte dieses Raumes lang gehen. So. Ich wusste es. Also, eigentlich hätte ich mir auch denken können eben. Aber... Nö. Kann ich jetzt eigentlich den Apfel irgendwie so geben? Nein. Das nimmt er wahrscheinlich so. Ja. Giff. Alles klar. Hm, das schmeckt super. Lasse dich durch. Hier durch meinen Mund. Alles klar. Äh, der... Ich wusste... Ah, ich hab's mir schon gedacht. Ohne Witz. Ich dachte mir so, hm. Was haben die Bilder zu bedeuten? Genau in dem Moment, in dem ich diesen Schritt zu diesem letzten Bild gehe, denke ich mir so... Oh, warte mal. Eigentlich könnte da jetzt was runterkommen. Oh. Mensch. Das ist doch... Ich... Ich... Okay. Okay. Also. Super. Was war das? Atem. Okay. Speichern. Ja. Huh. Uh. Uh. Alles klar. Äh, Pattern. Ah. Ah. Ich... Hätte man sich denken können. Oh, schon wieder die Lady in red. Oh, je, 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 je. Was ist denn mit dir los? Smoking. Okay. Smoking irgendwas. Heartbeat. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, nein. Oh, je, 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 je. Einfach wegge... It's locked. Deine Mama ist lockt. Ah, da ist der Schlüssel. Ah, okay. Ich musste das mit dem... Mit dem Painting sogar machen. Okay, cool. Alles klar. The girls... In the canvas? They come from... Bond? Of any human... Warum kennt sie die ganzen Worte denn nicht? Anywhere, everywhere in the ends of the earth. Okay. 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 Kann ich einfach weiter gehen oder... Guathena, okay. Two various drawings. Okay, alle... Da sind Bilder von Guathena bei. Oder Zeichnungen. Scrap of paper. Having fun? Nein, nicht wirklich. Ich hab keinen Spaß. Kunstgalerie der Welt. Bilder der Galerie sind da drin. Okay. Bilder der Galerie sind da drin. Moving Storybook. Willen drawn. By XXXX. Very careless and the... Jellet? De... Hoi-Rei? Keine Ahnung. Es ist ein Storybook drawn by... Crayon. Ja, wir lesen es. Ich blätter die Seiten um. Oh! Carriker Elephant. Jellet. Happy Birthday! Danke, Jungs! Oder Leute. Was? Was? Das ist eine Münze in dem Kuchen. Und... Dann... Okay. Du hast eine Münze drin. Oh, genau. Eine Münze zu machen. Ach so. Ett! Ok Nein Wehe Ah lol Ok also Ok Ich glaube ihr habt die Geschichte verstanden Oh wir können unsere Ja Ah nice Konnten unser Leben wieder auffüllen Wir könnten jetzt rechts oder links lang gehen Ich geh mal wieder erst links lang So wie bei der Katze Bei dem Katzendings Hier ist wieder eine Vase Aber da ist kein Wasser drin Denn die Rose Nene Go to Will you Away Ach schon wieder Du und die Rose sind eins wahrscheinlich The window Steht da? Petals? Petals on the ground Ok Blut Nochmal blaue weiter Bla Ok Blau Farbe und Blut oder so Lady in Blue Wo ist die Oh nein Ok wir müssen wie es aussieht doch erst rechts lang gehen Schätze ich jetzt mal Wer liegt da? Ne 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 Art Ok Hey He is holding Lightly Unto a key Lightly Unto a key Ah take Ben the small key Massage Schulters He is in a lot of pain Er hat sehr viele Schmerzen Ja Bringt das du mal was? Ne ne Call out He is in pain Ja Ok Er sprückt doch gleich wieder irgendwie oder nicht Hey Oh man die bewegt sich später wieder Ich sag's dir Oh wir haben jetzt den Schlüssel bekommen Ähm Wir können jetzt diese Tür wie es aussieht öffnen Ja Unter den Unter der Kleidung Eieieieieieieieieieie Uh Ja und was jetzt? Ok Ähm A rose with hardly any petals Ach das ist jetzt die blaue Rose Ok Weg hier Und die können wir jetzt locker ihm geben Und dann ist er eins mit der blauen Rose Oh, der Schmerz Oh, dann müssen wir die Rose erst auffüllen, Moment mal Oh, ne Momentchen Place Blue Rose Return to Head, ja, dann nochmal meine Dann nochmal speichern Wir sind schon in Episode 2, lol Okay Und Ah, es funktioniert, nice Ah, was ist das? Ah, der Schmerz ist weg Ah Ah, was? What is it now? Was ist es jetzt? Oder wie spät ist es jetzt? Keine Ahnung There is nothing left for you to take I tell you Da ist nichts mehr, was du nehmen könntest Ich sag's dir Äh, warte Äh, dear me Could you be a person? Ah, kannst du eine Person sein? Von der Galerie? Uh Ne, ich bin kein Mensch So, äh Ja, das bist du Oh, danke Himmel Danke Gott Was auch immer Hier ist irgend Hier ist jemand neben mir Oder bei mir So, ich sehe Okay Dann You wouldn't have any clue As to the how Or why Of all this either Okay Also haben wir auch keine Ahnung Was hier passiert ist Oder wie das passiert ist, oder? Äh Äh, ich glaube Meine Situation war So wie das Spiel von dir Wie das sich anhört Also das gleiche wie bei dir Wie es sich anhört Äh Und Ah, okay Auch mit der Rose Schmerz kam über mich Und die Rose Ich hab die Rose verloren Oder so Ich dachte Es war Gunner hier There Was es Gunner? 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 Ja, danke fürs Zurückbringen Ja, haben wir gern getan So First things first Wir müssen einen Weg hier rausfinden Ich denke Ich gehe Ich gehe Mad? Achso Ich denke Ich werde Äh Bedrückt Wenn ich hier Bleibe In diesem In dieser Gegend Für zu lange So Ja Ich habe dich nicht nach deinem Namen gefragt Meiner Das war Mein? Das war rull für mich Okay Mein Name ist Gary Und du bist Ja, Ebe Okay Ich kann nicht zulassen, dass ein Mädchen In die Gefahr läuft Also werde ich mit dir gehen Okay Los Lass uns gehen Ey Du musst aufpassen Das Ding spuckt Was? Wie hast du mit Bistartet? Glattert? 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 Was? Okay Wenn du ein bisschen überrascht Glaub mir Also Los Lass uns weitergehen Und wir müssen vor den Bizarren Dingen Ausschau halten Wie? Wir passen Eingelaufen Hallo Headless Stator Ja Wusstest Was für ein komischer Ort Für diese Dinge Slime back Back Would you Ebe? Kannst du einen Schritt zurück gehen? And Heave Okay Und weg Tada Tada So Jetzt können wir weitergehen Alles klar Lassen wir uns gehen Okay Rechte Hand und linke Hand Okay Der Bräutigam und die Braut Wie es aussieht Was ist hier drin? Labyrinth Ja Ich merke schon Könnte ich hier mit Irgendwas machen? Ne Was ist hier oben? South from the red paint Directly south Direkt süden vom roten Gebilde Oder So Das ist der Trick Zu Solving Maces Okay Das Labyrinth Also immer auf der rechten Seite Bleiben bei einem Labyrinth Und dann Kriegt man das Ende Okay Kein schlechter Trick Aber Es wird nicht helfen Los Lauf Komfort Ich kann die ganze Kacke nicht lesen Alter Es ist so Oh Es ist anstrengend zu lesen Sei vorsichtig Nicht Nicht Zwischen diese Dinger Da geraten Okay Geht mir Mühe Ja Hat nicht so funktioniert Magst du Labyrinth Ja klar Ich mag Maces Auf jeden Fall Sind schon erotisch Diese Dinger Was ist das Augen Was sind Augen Im Flur Ja Das hier sieht komisch aus Es hat irgendwelche Probleme Dieses eine Auge hat irgendwelche Probleme Wir brauchen Augentropfen wahrscheinlich Oder irgendwie Wasser oder so Um das Zu retten oder so Okay Und viel Eis Ein Mädchen Weiße Schlange Genau Süden von dem roten Bild Das ist doch das rote Bild Also es sieht aus wie das rote Bild Ich speichere nochmal eben Wir gehen jetzt erstmal zu dem Ding hier Okay Wir müssen ihm eine Blume geben Nee Okay komm Warte Ip Bist du sicher über da Bist du dir sicher Ich würde diesem Ding nicht trauen Ja okay Ich mach's auch erstmal nicht Okay Alles klar Da mach ich's Ja Alles klar Also das Bild hier Eigentlich ja Oh warte mal Ich muss Oh das ist ein Rätsel Ähm So Nee oder Ich hab mir was verbaut Nee Augentropfen Ja okay Alles klar Dann guck ich mir das Ich will das Bild da oben nochmal Oh man Es geht bestimmt auch irgendwie Wenn ich's richtig mache Dass ich zu dem Bild da oben hinkommen kann Deswegen will ich das mal versuchen So 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 Ja Painting of eyedrops Achso Wow Okay Ein Bild von Augentropfen Wer macht denn Bilder von Augentropfen? For real Ähm Augentropfen benutzen Ja Es wurde kuriert Was ist denn hier? Sie hat eine Andere Farbe Ein geheimer Weg? Something on the ground Einen roten Glasball Okay Was macht man jetzt Mit dem roten Glasball? Muss ich doch locker Hier irgendwas mit machen Oder? Ida Uh Ah Ah Da sind zu viele Dinge Sieht mir ein wenig zu creepy Muss ich ja sagen Aber was soll ich denn jetzt Mit dem roten Glasball machen? Vielleicht muss ich den Ah Moment Moment Warte Wir haben ja ein Red Wall Shines like a Gern Like a Gern Gern Okay Kann ich das irgendwie Vielleicht mit einem Diese Bilder verbinden Oder so? Oder halt mit diesem Viech hier oben? Nein Ich werde ihm das nicht geben Oder ich muss die Vielleicht die weiße Schlange Rot färben Ah Okay Behind the big tree Was? Das ist written on the back frame Ja Hinter dem großen Baum? Haben wir denn ein Hinter dem großen Baum? War hier irgendwas mit einem Baum? Nee oder? Nee hier müssen wir glaube Oder müssen wir Moment Ich gehe nochmal zurück Vielleicht haben wir hier irgendwas Da waren ja mal Apfelbäume Das ist halt so weit weg Ich glaube Nee Das macht keinen Sinn Dass wir so weit zurücklaufen müssen Ich bin aber auch dumm Lauf da rein Irgendwas müssen wir hiermit Doch noch locker machen Irgendwas Labyrinth Ja Check directly South From the red paint Direkt süd Ah Moment Ja Da war irgendwas Ah Okay gut Dann ist hier nichts Nee okay Dann war Ah okay gut Alles klar Jetzt hat sich draußen Eine Tür geöffnet Allerdings Leute Ist der Part wieder vorbei Das heißt Wir banden jetzt hier erst mal den Part Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Da rein No 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 Do